Ich führe Ashina zum Ruhm. Nicht nach links ausweichen und wegrennen. Was, jetzt nur noch das gleiche? Nee, eigentlich... Ja, das war... Fängt ja schon wieder gut an. Ja, das ist es. Deine Kraft. Sag mal. Auch gerade... Du musst dich heilen. Ja, stimmt. Das ist ein Wichser, ey. Ich hab den Peer-Recorder gemacht eigentlich, aber... Ja, gut. Ich hab den nicht. Ich werde den Untergang von Ashina verhindern. Scheiße. Ah, Pflicht zu erfüllen. Leg wohl. Ja. Und sonst so? Ja. Scheiße ficken. Scheiße ficken. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Oh, für so einen Gegner ist es auch schon wieder eindeutig viel zu spät. Nein! Das glaube ich nicht. Oh, Mann, ey. Aber weißt du, was ich irgendwie witzig finde? Na? Dass wir, obwohl wir jetzt schon so oft verreckt sind, noch keinen verseucht haben weiter. Stimmt. Ich führe Ashina zum Hingrennen. Jetzt, wo du es gesagt hast. Wieder wegrennen. Zack. Zack. Ja, komm. Hopf. Nein. Nein, er will das nicht. Ja, okay. Doch, ein bisschen. Was verändert. Ja, wieso springst du ihm nicht mehr auf den Kopf, ey, verdammte Axt. Der Untergang von Ashina verhindert. Jetzt hast du. Hä? Den habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ja, das ist gut. Deine Kraft. Das hat bei mir auch nicht geklappt. Schon des öfteren nicht. Jetzt. Geht doch. Meine Fresse, Alter. Wieso machst du das denn nicht mehr? Meine Güte. Ja. Jetzt mach ihn weg. Weg. Und keine Wiederbelebung, Alter. Ich könnte kotzen, ey. Komm. Ach so, das ist der. Ist ja egal. Lieber weg. Und. Ich habe hier, das ist wieder der. Ich habe hier, das ist wieder der. Rückschläge. Ja. Ach, es hat mal geklappt. Mensch, es hat mal geklappt. Ist ja egal. Ach, was sag ich. Das ist ja egal. Fuck. Roll doch weg, du Bauernkind, ey. Oh. Fick dich, fick dich, fick dich. Was war das denn jetzt? Ich weiß es nicht. Oh. Das ist übrigens kein Bauernkind, das ist vom Uhu. Halt's den Maul. Sonst bist du gleich aus dem Fenster geflogen. Ey. Ah, geil. Behinderte Fickscheiße, ey. Was war das auf einmal? Für ein Angriff. Ich weiß es nicht. Ah. Ah. Is pissy. Ja. Ich führe Aschina zum Ruhm. Scheiße weg. Alter. Ja, ist klar. Weg, 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 weg. Wo rennt ihr denn jetzt rum, der Scheiße-Fresser? Alter, ich bin auch einfach zu doof dafür. Ja, das ist es. Deine Kraft. Weg. Ach, der jetzt ergreift er nicht mehr. Und er wird seinen perfekten Bogen, Mann. Lass mich in Ruhe. Komm mal. Weg, weg, weg. Auch ich habe eine Pflicht zu erfüllen. Ich kriege ja nicht mal den Ochsen, Alter. Das ist doch zum Kotzen. Ja, das ist echt zum Kotzen hier alles. Mann, Mann, Mann. Jetzt komm schon hier. Ja, kennen wir alles. Kennen wir alles. Ah, Kuguru verblutet. Ich führe Aschina zum Ruhm. Ach, der liegt hier rum. Ja, dann rennst du mal dauernd über ihn rüber, dann. Ja. Mann, fick dich. Ich drücke nach hinten und Kreis und er dasht nach vorne. Das ist richtig. Meine Güte, ey. Jetzt verreckt doch endlich. Hässliches Bauernkind. Der Untergang von Aschina verhindert. Uh, Thilo, Uhu. Wieso Uhu? Wie kommst du auf Uhu? Weil er vom Uhu ist. Er ist nicht der Sohn vom Uhu. Ja, er wurde von ihm aufgenommen. Wir wurden vom Uhu aufgenommen. Aber doch nicht dieses hässliche Bauernkind. Ja. Dieser verbrutzelte, halbgare stinkende Toast. Deine Kraft. Ja, gut. Wohin hattest du als den, den das Bauernkind unseren eigenen Charakter, glaube ich, geschimpft, oder? Ich beschimpfe doch unseren eigenen Charakter nicht. Mann, endlich. Stinkender Bastard, ey. Komm. Sekehra. Sekehra. Er parierst und konterst auch wieder alles, ne? Oh, ich hätte mich jetzt auch nicht verstanden, wenn ich das getroffen hätte. Hier, bitteschön. Darfst du wieder versuchen. Ach, halt deine Fresse, Mann. Verreckt doch einfach. Natürlich kannst du das auch nicht ausweichen, wenn du ausgewichen bist, wenn er diese Attacke macht. Du kannst gar nichts machen. Du kannst nur sterben. Ey, das ist behindertes, ey. Ich mach das mal eben. Ja, mach das mal eben, genau. Oh, guck mal. Oh, da geht's schon los. Der Informationshändler. Ja, der ist sowieso ein Wichser. Klaut uns unser Geld und schenkt uns nicht mal irgendwas. Ja, so ungefähr. Hm, das stimmt. Ich führe Aschina zum Ruhm. Hm, das war der Falljack. Sprechen müssen. Dein Vater steckt nach Fisch, Alter. Nein, da ist der Stein. Oh, es hat mal geklappt. Es hat mal geklappt, ja. Scheiße, Scheiße, ich hatte zu wecken, was. So oft mal weggemusst du. Oh, noch mal. Jetzt müssen wir aufhören zu spielen. Ja, das stimmt ja nicht. Ich werde den Untergang von Aschina verhindern. Ja, natürlich. Ah, da. Auch ich habe eine Pflicht zu erfüllen. Ja, ja. Drecks und Pisser. Meine Pflicht wäre eigentlich zu sterben. Danke. Bitte. Bin ich. Laden schneller. Bin Laden. Bin Laden. Bin Laden. Ich führe Aschina zum Ruhm. Du machst das jetzt. Oh, ich konnte mal auf den Kopf springen. Alter. Ich werde nicht übermütig ist. Das stimmt was nicht. Und, äh... Natürlich liegt er da und chillt einfach. Meine Fresse, ey. Halt doch, dein Laufel. Countdown. Mach doch weiter. Warum stirbst du da wie so eine Nutte am Straßenrand? Oh, Mann, ey. Verpiss dich. Friss scheiße und stirb, ey. Fall von der Klippe. Ja, klar. Auch klar, dass das wieder nichts wird. Aber eine Pflicht zu erfüllen. Ich zerbreche den scheiß Controller gleich, Mann. Nee, nee, komm, ey. Mein zweiter ist schon kaputt. Einzige dich noch ab. Ja, gib mir den zweiten, Alter. Hinnert sich. Vielleicht solltest du dich hier nicht mit Handy-Games noch nebenbei erblinken. Vielleicht solltest du mir nicht auf den Sack gehen und endlich mal die Typen da besiegen. Meine Fresse, Alter. Die wollen auch einfach nicht sterben, die behinderten, schwanzlutschenden Kacke-Fresser. Piep. Äh, zu spät. Oh, ey. Ich führe Aschina zum Ruhm. Ja, mach mal. Ja, natürlich. Ja, klar. Voll. Stimmt. Ich werde den Untergang von Aschina verhindern. Scheiße. War... Great. Nee. Nee. Ja. Ja. So. Darfst du dich weiterhend nicht ärgern. Number one. Kannst du... Komm. Sei, Kero. Komm. Komm. Genau. Okay. Er hat auch so beschissene Moves drauf, ey. Ich mag den unterbrechen. Das geht nicht. Das kannst du auch nicht machen. Das ist auch nicht genug. Und er blockt und kontert auch wieder einfach alles. Pass auf. Okay. Ja. Du hast Halt-Blocken gedrückt, Andi. Das Beste, was man machen kann. Zögern heißt verlieren. Zögern heißt verlieren. Ach, dein Maul, Mann. So, jetzt wisch ich mit dir den Boden, Alter. Mach mal. Meine Fresse, ey. Kann doch nicht sein. Es werden bestimmt wieder drei Folgen, wie wir nur auf die Fresse kriegen oder so. Na ja, wir sind ja auch bei Dark Souls und nicht bei... Nein, wir sind bei Sekiro. Ja, ja, ja. Bei Sekiro... ...Souls-like, ist das ja? Ähm... Was ist von den Wachen, von den Souls? Ist aber egal. Und... Und... Ich führe Arschelang zum Boden. Ja, alles gut. Ich weiß auch, meistens immer nicht, was du da sonst alles... Ja. Ich wollte eigentlich sagen, es ist halt immer Sekiro und nicht irgendwie... Ja! ...Spiral-Soul-Dragon oder so. Oh, Spiral-Soul-Dragon, der war toll. Ich hatte mir auch überlegt, diese Neuauflage zu kaufen. Aber... Ja. Ja. Mensch! So, komm! Ich hab jetzt mal gedacht, das geht auch wieder viel bei, aber... Ach, das sind halt keine Leuchten. Nee, der Untergang von Aschina verhindert. Komm, 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 komm! Ich hab doch... Ich bin doch in diesen Hure so reingedasht, man! Ah, nee! So, jetzt! Ach, das klappt jetzt auf einmal wieder! Mit deinem verfickten Kack-Schwert! Ach, geht auch wieder nicht! Ja, ist klar! Mach ihn weg! So, weiter! Weiter! So! Was? Was ist denn, der kleiner, du willst das immer parieren, ne? Ja! Mikili! Ja! So! 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 nein mann stehe auf stehe auf der ist gleich wieder vollkommen ich trinke vor der flasche weil die flasche natürlich kommt hier irgendwas da scheiß behindert 1 so nicht gewundert wenn es nichts gebracht hat ja hält mich jetzt auch nicht gewundert hinterher na klar er lässt ja auch keine pause das ist sie dann mal eben eine lanche aus dem boden oder aus dem arsch ich weiß nicht woher sich die er zieht ich weiß auch nicht woher sich die hätte ich habe doch blocke gedrückt gehalten springen ja ich weiß sorry ich habe vergessen die lanze ist 5000 meter lang ja so ungefähr halt so okay doch schon wieder vorbei das gibt es ja gar nicht ja dann bedanken wir uns fürs zuschauen ihr merkt die emotion kochen ja wir sehen uns in der nächsten folge und denkt daran like wenn es euch gefallen hat ein abo bitte und natürlich schreibt was in die kommentare und die glocke wenn ihr kein video mehr verpassen wollt bis denn 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 bis denn